Hallo und Servus auf diesem Kanal. Ich bin der Johannes Stark und ich freue mich, dass du da bist. Möchtest du dich selber persönlich oder beruflich weiterentwickeln? Möchtest du wissen, welche einfachen und natürlichen Ansätze es gibt, die du sofort umsetzen kannst? Möchtest du wissen, wie du mehr Lebensfreude, mehr Gelassenheit, wie du deine Ziele und Wünsche besser und leichter erreichen kannst? Möchtest du wissen, wie man mit schwierigen Situationen umgehen kann, ohne dass man immer so komplizierte Ansätze verwendet? Möchtest du wissen, wie du einfach leichter leben kannst? Genau dann bist du hier richtig. Auf diesem Kanal geht es darum, dein Potenzial zu finden und weiterzuentwickeln. Die persönliche Weiterentwicklung ist seit über 20 Jahren einer meiner ganz großen Leidenschaften als Coach und Berater. Und daraus ergeben sich sehr viele Erfahrungen und Denkweisen. Und du wirst erstaunt sein, wie einfach, wie viel einfacher es sein kann, seine Ziele und Wünsche zu erreichen oder mit schwierigen Situationen umzugehen. Und genau darum geht es in dem Kanal. Dich selber persönlich weiterzubringen. Dein persönliches Potenzial zu finden und weiterzuentwickeln. Dass du mehr Freude und Spaß hast im Leben. Wenn dir der Kanal gefällt, dann freue ich mich sehr über ein Abo. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und Freude. Piatti, Servus, mach's gut.